Die Pflanze. Seit Millionen Jahren einer der wertvollsten Rohstoffe der Welt. Schon immer für die Ernährung und seit einigen Jahrzehnten auch für Bioenergie und nachhaltige Industrieprodukte. Die Saatenunion züchtet innovative Pflanzen mit maximaler Klimastabilität, Gesundheit und Qualität. Mehr Ertrag pro Hektar. Mehr Wertschöpfung für Ackerbau- und Viehzuchtbetriebe. Jahr für Jahr. Das ist das Züchtungsziel der Saatenunion. Der Weg vieler Saatenunion Zukunftssorten beginnt in den modernsten Biotechnologielaboren Europas, bei der Biotech GmbH in Leopoldshöhe und Gartersleben. Auf höchstem wissenschaftlichen Niveau werden jährlich neue Sorten entwickelt und zugelassen. europaweite Anbauversuche sichern die Sortenleistung auf den unterschiedlichsten Standorten und unter allen Anbaubedingungen ab. Weizen, Gerste, Roggen und Hafer sind die Züchtungsschwerpunkte der Saatenunion. Führend ist die Saatenunion in der Züchtung von Hybridweizen und Hybridroggen. Dazu kommen meist für alle Verwertungsrichtungen, Leguminosen, Zwischenfrüchte, Sonnenblumen, die das Fruchtartenprogramm der Saatenunion zu einem der umfassendsten in Europa machen. Sieben hochspezialisierte Züchter, selbst praktizierende Landwirte befruchten das Saatenunionprogramm mit immer neuen Hochleistungssorten. Über 800 Mitarbeiter in Deutschland und acht ausländische Tochtergesellschaften sowie regionale Vertriebspartner stellen die zuverlässige Versorgung mit Spitzensaat gut sicher. Top-Berater vor Ort sorgen dafür, dass sich die Sortenleistung auf jedem Acker in Europa maximal entfalten kann. Willkommen in der Zukunft. Willkommen bei der Saatenunion.